Wir liegen auf dem Bauch, Kopf und Schultern sind in der Luft, die Füße aufgestellt. Wir gehen im Oberkörper nach oben und in der Luft. Wir bleiben in der Luft, wir liegen nach oben und nach oben. Die Hände haben wir auf dem Gesäß abgelegt, der Bauchmage ist nach oben, ausatmen und einatmen. Die Rückenstrecke, Muskulatur, der Bereich der Lendenwirbelsäule, hauptsächlich trainiert. Die Schulterbretter sind hinten unten. Wir gehen nach oben und nach oben. Der untere Rücken arbeitet jetzt. Nicht zu weit nach oben. Das sind ein paar Zentimeter. Schön aufatmen und einatmen. Aus und einatmen. Wir gehen in der Rückenstrecke. Wir gehen nach oben und nach oben und nach oben und nach oben und nach oben. Wir gehen nach oben und nach oben und nach unten. Und zwei. Halten oben. Diesen dritte. Und gut.